Willkommen zu einem weiteren Trophy-Tipp namens Sonnenstein-Medaillier, da müssen natürlich ganz klar, was bei das Kapitel von Katrinas Meck auswählen, natürlich bevorzugt auf Leicht und natürlich den Sonnenstein-Neck. Ja, dann direkt nach dem Ladebein geht der Boss-Fight los. Groß zu beachten gibt es ja nicht, außer dass natürlich Sonnenstein-Neck den Vorteil hat, dass er schnell ist oder schnell leer Sonnenstein-Kristalle einsammeln kann, aber ansonsten ist das Ganze auch auf Leichter dann easy going, einfach nur die ganz normalen Boss-Fight-Tactics anwenden, ja, ausweichen was da geht, warten bis sie ihren komischen Charge da macht und ja, man sieht es natürlich auch, dass ich jetzt im Laufe des Bewegungs generell ja wieder Schaden fresse durch ihren komischen Debuff, den sie mir da, diesen Dot, den sie mir raufgeschmissen hat, aber ja, ganz normal die Plattform durchspielen, ja, das ist auch gerade selber der Schaden, den ich hier bekomme, auch leicht, wie gesagt, ist gar nicht mal so leicht, also der Schaden ist schon ein bisschen heftiger, aber man hat ja hier nach wie vor immer noch die Kisten, die man schön einsammeln kann, genauso auch wie theoretisch und praktisch hier die Sonnenkristalle, na, wie man das jetzt schon sieht, reicht schon einfach nur die Nähe aus, da rein zu laufen und schon sammelt der die ein mit der Transformation zum Sonnenstein-Neck, ja, dauert halt nur ewig, bis man das dementsprechend voll hätte, also ja, sieht es ja jetzt auch gerade bei mir, dass ich das eigentlich so gut wie nicht voll bekommen habe, aber ist ja auch relativ egal, weil der Bossfight geht auch relativ so gut von der Hand, ja, einfach halt nur gucken, dass er ja schön ausweicht, nicht zu viel Schaden fresst, die ganzen Phasen durchkommt, so dass schlussendlich der Boss dann down ist und dann gleich wie alle anderen Medaillentrophys auch und ein paar andere Trophys hier bei dem Spiel, müsst ihr einfach nur die letzte Sequenz nach dem Bossfight überspringen oder angucken, wie ihr wollt und ja, auch Stunt ploppt die Trophy auf, also nicht direkt nachdem der Boss dann down ist, von daher nicht wundern, das ist normal, jup, so, dann hauen wir dir jetzt mal noch ein paar mal eine rein, au, oder die mir, so, jetzt geht doch, jo, das war's, lieber Springer das Ganze und jetzt kommt die Trophy, das war's, haut rein, wünsche euch was, ne, servus, ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Trophy-Tipps, bitte hinterlasst doch ein Like, teilt das Video und abonniert mich, dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen.